Von ihm! Schau, wie schön der Mund er kriegt. Der ist ein Freund, der riecht den Mund, der verwascht sich nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Der Freund ist von drüben. Ja, wie sie aufschrauben. Ich kann Türsteher machen. Ich frage nichts. Die kann Türsteher sein. Ich sag's aber. So krass, Leute. Hat ein kleiner Haar und hat sich geschnallt. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Wenn sie die Arbeit so geratet, wäre er tot gewesen. Die hätte er nicht zugeschlagen, weißt du? Jetzt seht ihr das auf Youtube, oder wie? So, da trinkst du nichts. Ja. Nicht zu ihrem Freund, die große Lebe. Ja, eine große Lebe. Alter, da kriegst du sicher Klicks. Geh'n dann hin. Nein, das ist eine große Lebe. Du bist nur auf Youtube und kannst du nicht. Alter, das ist eine große Lebe! Anfänger, die Leute halten uns kurz vor, die Bier zu ham. Das passt einfach nicht. Ich bin nur bei der Lebe. Das ist ein. Nein, ich bin nur bei der Lebe. Die Leute, die Leute, die Leute, die Leute haben. Ja, die Leute. Der Leute, die Leute, die Leute haben die Bier zu machen. Ich bin nur bei der Lebe. Ja. Wir sind Zuschauer, musst du hafern, dass du diese 200er...